Der Löwenzahn, der vom Fliegen träumte Auf einer breiten, sonnigen Wiese wuchs ein Löwenzahn. Hier fühlte er sich wohl. Die Sonne wärmte ihn, der Regen reinigte ihn. Dann kommt die Wärme. Es sind die Mütter, die ihre Kinder in warme Decken wickeln. Die Decken sind weich, wie flauschige Wolken am Himmel. Sie umhüllt dich sanft, damit du es gemütlich hast. So, als ob du selbst ein Vogel wärst. Die Sonne ist warm und liebevoll. Sie teilt ihre Wärme gerne mit allen. Dank ihres Lichts geschehen viele Wunder auf der Erde. Wenn zum Beispiel die Sonne im Frühjahr den Boden erwärmt, öffnen sich die Knospen an Bäumen und Sträuchern und es kommen grüne Blätter zum Vorschein. Das ist eine Schicht, die die Knospen an눈ieure sind. Denk um die Knospen an den Boden auf dem Boden auf der Erde. Das ist eine Schicht, die die Knospen an die Knospen anehend gewaltt. Die Knship zu wollen. So, als ob es in den Augen wird die Knospen angebaut, die Россahe THEM hat die Knospen anbauen. Untertitelung des ZDF, 2020